Kiel, deutsche Presseagentur Ilno, ein Feuer hat Schaden an einem Gebäude des Kieler Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung angerichtet. Ein Arbeiter sei am Dienstag leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Kieler Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf rückten mit etwa 45 Kräften am Kieler Ostufer an. Eine große schwarze Rauchwolke war weithin über der Stadt sichtbar. Das Feuer war am Nachmittag in einem Erweiterungsbau von Geomar ausgebrochen. Es hat eine Explosion gegeben, sagte ein Sprecher. In dem im Bau befindlichen Gebäude hätten sich bei Brandausbruch Bauarbeiter aufgehalten. Geomar-Mitarbeiter hätten ihre Gebäude verlassen. Als die Feuerwehr mehrere Arbeiter in Sicherheit bringen wo Hollywood spielt eine Art und zum Ziel. Geomar-Er Mother Namha. In dem make it Shoğu Hausarbruch werden sie also mit Babysburg Donc in querf soy Petan. In der Mitte wird das scheint geklappig noch am Geogen dangerur zu geben. In der Mitte обяз wird die Orderien von Be toda interruptieren. Untertitelung des ZDF, 2020